Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Wulf Schmiese. Guten Abend, wir hätten Sie im neuen Zuhause des Heute-Journal-Update gerne mit fröhlicheren Themen begrüßt. Aber wir machen nicht die Nachrichten, wir berichten. Und das auch in dieser Nacht von der Wetterkatastrophe in Deutschland. Heute war der Bundesinnenminister in Nordrhein-Westfalen, wo das Wasser der Flüsse tödlich war und der Damm der Steinbach-Talsperre zu bersten drohte. So, jetzt haben wir schon Dienstag, 10 nach 12. Am Vormittag wird die Bundeskanzlerin in Nordrhein-Westfalen erwartet, um die Flutschäden dort zu sehen. Wir werden berichten. Ihnen jetzt eine hoffentlich sichere und gute Nacht. Das gehört auch bei Sub-Vorien. Wie bitte in unserer Generation monkey! Wir werden, wenn es Podcasts aussieht, Ich, das ist egal, ob wir mit Salz und DorfSI zu sehen, wie es ein paar Linke sagt, da kommt auf das also zu sehen. Dammtais auf mehrood Thal berohn